ProbierTV unterwegs im Namen des Kalea Craft Beer Kalenders und heute sind wir in Brandauers Bierstube, heute neu eröffnet und neben mir ist Markus Führer. Markus, du bist Brauer bei der Gablister Brauerei und heute ist der Egon im Kalender. Ja genau, also eines meiner Lieblingsbiere aufgrund der Verwandtschaft zum Namensgeber zu Egon Schiele, ein böhmisches Pilz, hell, Untergärung muss ich nicht dazu sagen, von der Säure ein bisschen dominanter, eher ausgewogen, Hopfen und Malz, also nicht zu hopfig, keine extreme Hopfenbittere, zwei verschiedene Hopfen, den Saarzer, den klassischen tschechischen Hopfen und den Citra-Hopfen zusätzlich noch gestopft mit circa zwei Kilo und damit ein bisschen noch eine florale Note auch hineinbekommen. Du hast eben gerade gesagt, da gibt es irgendwie einen besonderen familiären Anlass für dieses Bier, weil ich sage mal, böhmisches Pilz kennen wir von dir schon, da hast du einen Staatsmeistertitel mitgewonnen, aber was ist jetzt der Grund für das Egon-Bier und was sind diese familiären Hintergründe? Ja, jetzt dauert es lang. Versuchen wir es kurz zu machen. Nein, also in Wahrheit bei einer Krumau-Reise ins Czeski-Krumlhof, also ins böhmische Krumau, habe ich entdeckt, und zwar dort im Egon Schiele-Museum, dass die Mutter von Egon Schiele, oder nicht ich, sondern die Martina, also meine Frau, heißt Marie Soko, so wie meine Großmutter, mütterlicherseits. Und bei uns, also bei meinen Großeltern, hing mal eine Illustration vom Turm von der Krumauer Burg, und das war immer so die Familie Soko aus Krumau, und das war immer etwas Besonderes, und ich wollte immer dorthin, und dann sind wir eben vor drei Jahren nach Krumau in der Adventszeit, und im Zuge dessen eben ins Egon Schiele-Museum gegangen, und dann kam eben dieser Moment, Marie Soko ist die Mutter von Egon Schiele, und ich sage nur, ja, ja, klar, ne. Ich habe dann angefangen zu recherchieren, habe dann einerseits gehört, Soko ist dort wie Meier oder Müller, also in der Tschechei, habe aber nicht locker lassen, weil es das Interessante war, es gibt einen Anton Soko in Schieles Verwandtschaft, und der kommt aus Mirkowice, das ist eine 30-Seelen-Gemeinde neben Krumau, und auch in meinen Unterlagen, also in diversen Geburtsscheinen und so weiter, gibt es einen Anton Soko aus Mirkowice. Okay, 30 Leute in Mirkowice, das kann jetzt nicht unbedingt der Zufall sein, dass die halt auch Anton geheißen haben, und tatsächlich war es dann so, ich habe dann noch versucht, das Missing Link zu finden, nämlich die Frau von meinem Anton Soko, und es hat sich dann, wenn man den gesamten Stammbaum zusammenstellt, herausgestellt, dass der Anton Soko, mein Ururgroßvater, und der Johann Franz Soko, der Großvater von Egon Schiele, verwandt sind. Also, wenn man es nachvollzieht, am Stammbaum ist er mein Großonkel dritten Grades. Jetzt stellt sich aber die Frage, jetzt hat man das herausgefunden, dass man da einen Verwandten hat, wie entwickelt man dann das Bier auf jemand hin, den man nie gekannt hat, den man auch wahrscheinlich nur, wie wir alle, als Künstler kennt, als Expressionisten, wie entwickelt man dann so ein Bier, was sind so die Einflüsse, die dann da reinspielen? Ja, das war genau das Problem eigentlich die ganze Zeit, deswegen hat es so lange gedauert, ich habe wirklich drei Jahre, also ich habe, wie ich gewusst habe, okay, wir sind verwandt, und habe gesagt, hey, mache ich mein Bier, Egon. Das ist drei Jahre jetzt schon her, dass du das herausgefunden hast? Ja, genau. Und kam aber nie dazu, dann wieder verschoben und habe gesagt, ja, möchte ich noch machen und im Sommer und hin und her. Ja, dann war die ganze Zeit diese Suche nach dem richtigen Bier, das zu einem Egon Schiele passt. Egon Schiele ist ein weltbekannter Maler, Künstler, Expressionist, eigene Person, ganz, also charakteristisch, ganz stark, charismatisch. Jetzt denkt man sich, da muss man ein Wahnsinnsbier machen, das alles andere in den Schatten stellt und hin und her. Ja, na, eigentlich warum? Ja, irgendwann, es wird dem nie gerecht. Ich kann nicht einem, so einem Künstler mit einem Bier gerecht werden, weil jeder seine andere Einstellung zu diesen Kunstwerken hat, zu einem Schiele, dem einen, vor allem die Expressionisten, gar nicht dem anderen wieder mehr. Deshalb dann irgendwann der Punkt zu sagen, okay, unseren gemeinsamen Wurzeln mütterlicherseits, Linginkromau, was liegt näher als ein böhmisches Pilz zu machen? Ich wollte aber jetzt nicht einen Abklatsch vom Original machen, sondern da sollte ein bisschen mehr dabei sein. Der Saarzer Hopfen war für mich so die herbe Seite in seinem Leben und bei seinen Werken und wie man zu ihm steht. Es musste aber etwas Florales, etwas Feineres, etwas Feingliedriges her, was ja sein Leben, also er war als Mensch sehr wertvoll, sagt man, ich kannte ihn ja nicht. Für mich auch ein bisschen ein kleiner, wertvoller Touch mit der Verwandtschaft. Und das war dann eben das Florale, das Liebliche bei dem ganzen Thema. Und so entstand es dann und noch dazu in Verbindung mit dem Film Egon Schiele, Tod und Mädchen, der heuer ins Kino kam im Oktober, entstand da so eine tolle Kooperation auch noch mit Novotny Film und Team Film, die dann quasi das Ganze als Bier zum Film gestaltet haben. Das war so quasi der Tritt in den Hintern, jetzt mache ich es. Genau, und das war der Punkt eigentlich, zu sagen, hey, also das war eigentlich für mich der Punkt überhaupt zu sagen, hey, Egon Schiele, Tod und Mädchen kommt ins Kino, ich glaube, jetzt muss ich endlich mit diesem Bier was tun. Und dann haben wir uns die Kooperation irgendwie mal vereinbart und gesagt, okay, passt. Böhmisches Pilz ist auch ein Teil des Films, ist auch ein Teil meiner Geschichte und jetzt machen wir es. Während du jetzt gerade diese spannende Geschichte erzählst, habe ich schon so ein bisschen an dem Glas hier genippt. Wir haben das Glück, dass wir es heute aus dem Fass trinken können. So schaut übrigens die Flasche aus, die ihr heute im Kalender findet, das Gablitzer Egon. Hinten auch nochmal das Konterfei des Protagonisten und ein paar Informationen zum Film. Du hast nicht zu viel versprochen, also wenn man die Nase reinhält, es hat diese florale Note, aber es hat auch ganz deutliche Einflüsse von dem Zitraupfen. Also eine ziemlich spannende Mischung eigentlich. Ja, weil irgendwas ist dann von dem, das muss jetzt das Wahnsinn über drüber Bier werden, doch übrig geblieben. Und ich habe gesagt, einfach nur ein Sazerhopfen ist mir dann doch zu wenig. Ich will noch ein bisschen was dazugeben. Und der Zitraupfen war gerade in der Zeit, wo ich es gebraut habe, war für mich so doch präsent. Und ich habe gesagt, nein, das ist eine schöne Note, leicht zu dem herben Pass der Zitraupfen. Einfach mit seinen Zitrustönen, mit den floralen, schönes Abrundung dazu. Also ist es erkennbar, dass es ein Pilz ist? Keine Frage. Es ist ein sehr schön schlankes Bier, süffiges Bier. Es hat diese fruchtigen Noten vom Zitraupfen. Und ich muss auch ehrlich sagen, Kohlensäure passt perfekt vom Körper her, jetzt nicht zu wuchtig. Also das ist ja eher, wie gesagt, ein schlankes Bier. Wird das jetzt in die Core-Range bei Gablitzer aufgenommen werden? Wird es das ganze jährlich geben? Weil ich könnte mir dieses Bier sehr, sehr gut auch im Sommer vorstellen. Ja, also die Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Ist das jetzt nur so ein kurzes Ding oder kriege ich das dann eh öfter, vor allem von den Leuten, die es lieben gelernt haben? Es sieht danach aus, dass es doch in der Range bleiben wird. Noch dazu, weil ich diese Variante vom Egon Etikett adaptieren werde mit einem Bildnis von Krumau. Also er hat ja wunderschöne Illustrationen von Krumau gemacht. Es wird einen Häuserbogen von Krumau drauf geben und wahrscheinlich auch das echte Selbstportrait von Egon Schiele. Auch wiederum eine Kooperation mit dem Leopold-Museum. Ja, und es gibt so viele Leute, die es dann doch sehr gerne mögen und ich mag es selber auch gerne. Also ich glaube, es wird im Sortiment landen, ja. So, wenn ihr heute Abend dieses Bier trinkt, es euch schmeckt und ihr der Meinung seid, dieses Bier sollte es häufiger geben, dann schickt eure Mails an officer.gablitzer.at und macht das Postfach von Markus voll. Markus, wir trinken noch ein bisschen das Bier weiter und euch viel Spaß heute Abend, wann ihr dieses Bier aus dem Kalea Bierkalender holt. Prost! Tschüss! Stoß! Tau.